51 Jahre mittlerweile alt, er hört einfach nicht auf zu kicken. Der Typ ist U17 Weltmeister in Brasilien geworden. 21 Vereine in 22 Jahren. Und der Richter fragt ihn, naja, Heike Cialio, wie viele Kilometer sind sie gefahren? Und er sagt, naja, im Schnitt 160. Laula 1 planiert, heutiges Thema U37. Diese Kult-Kicker spielen noch immer, denn das österreichische Fußball-Unterhaus ist vollbepackt mit legendären Namen vergangener Tage. Und denen möchten wir gemeinsam mit unserem Partner BillaBillaPlus heute eine Bühne bieten. Und da starten wir im Tor gleich mal mit einer richtigen Ländle-Legende, Harald. Mit 50 Jahren lässt sich ja so mancher eigentlich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen, schon als Ex-Kicker. Aber nicht so Christian Mendes, der Mann ist 50 Jahre und schmeißt sich noch auf den Vorarlberger Sportplätzen durch die Gegend. Er ist nämlich Tormann beim FC Hörbrands in der Vorarlberger Liga. Vierte österreichische Liga, heute so ein bisschen auch eine Schulstunde in Sachen Fußball-Ligensystem. Also Vorarlberger Liga, Leistungsstufe 4 in Österreich. Der ist ein Austro-Brasilianer, ist aber sehr frühzeitig in seiner Karriere dann Richtung Vorarlberg aufgebrochen. Naja, er war so Mitte 20, als er dann das erste Mal im Ländle aufgeschlagen ist. Er war zwischendurch auch in der Schweiz und in Deutschland, da war er so geografisch eh immer in derselben Gegend unterwegs. Und er am bekanntesten in Österreich ist er aus seiner Zeit beim FC Lustenau. Und bei der Lustenauer Austria, da hat er einige Spiele absolviert, war aber lange Zeit auch Backup-Goli. Unterm Strich 150 Spiele in Liga 2 für den FC Lustenau und Austria Lustenau. Und der Mann ist das beste Beispiel für gelungene Integration, weil wie nennt man als Brasilianer seinen Sohn? Chebesta. Klaus. Ja, wunderbar. Und der gute Klaus Mendes ist 21 Jahre alt und ist auch Dormann, aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Lustenau. Zwei Spielklassen unter seinem Vater in der sechsthöchsten Liga aktiv. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Duell auf Augenhöhe, Duell der Generationen in der Familie Mendes. Vor dem Brasilianer, beziehungsweise Austria-Brasilianer, schicken wir ein 3-5-2 aufs Feld und den Beginn in der Abwehr macht dabei der Dobermann. Andi Dober, mittlerweile in der Gebietsliga angekommen. Gebietsliga ist Spielklasse 6, dann in Niederösterreich beim SV Absdorf. Der wechselte im Sommer 2021 von Siegendorf nach Absdorf und da gab es gleich mal zu Beginn eine Verletzung. Kann mich noch gut erinnern, hat er damals auf Instagram etwas gepostet mit Krücken und deinem Gips. Und da bekam er eigentlich nur Häme von Toni Polster und Co., die eher so gemeint haben, nee, stell dir jetzt an, kicke jetzt einfach, aber mittlerweile spielt er wirklich auch in Absdorf. Genau, er ist einer, der es offenbar nicht ganz lassen kann und ist auch abseits seiner fußballerischen Tätigkeit noch im Fußballgeschäft aktiv. Er ist nämlich Mitarbeiter bei der Berateragentur von Max Hagmeier. Also mittlerweile sehr gut aufgestellt, Andi Dober. Neben Dober läuft Eisenfuß Wolfgang Klapf auf, den man mittlerweile wirklich als lebende Legende von Union Weißkirchen bezeichnen kann. Er ist 44 Jahre inzwischen, Wolfgang Klapf alt und ist seit 2014 bei Union Weißkirchen. Da kann ich nur den Hut ziehen, im Gegensatz dazu, dass ich den Hut vor dem Logo von Union Weißkirchen knapp nicht ziehen kann. Das ist wirklich strange. Da treffen zwei Logos aufeinander, einerseits diese Sportunion und dann die Zebra-Site. Was steht da seit 1963, glaube ich? Ein bisschen komisch, aber die haben eine richtig geile Truppe da beieinander. Also eher nicht der einzig namhafte Kicker bei Union Weißkirchen, denn da spielt auch noch ein Florian Tempel, ein Daniel Kerschbaumer und auch ein Valentin Grubeck. Der gleichzeitig noch beim Lask als einer der vielen Sportkoordinatoren etc., wie all diese Jobs halt heißen, tätig ist übrigens. Eigentlich geile Geschichte, aber generell auch die Geschichte natürlich auch von Wolfgang Klapf. Mit dem Lask hat der 2014 noch den Zweitliga-Aufstieg im Grunde fixiert und dann ist er gleich wohl eh weiter gewechselt zu Union Weißkirchen in die vierte Liga. Wurde dort auch Meister. Richtig. 2022 in der Oberösterreich-Liga, aber man hat auf den Aufstieg verzichtet. Vielleicht können wir noch ein Foto einblenden von Wolfgang Klapf mit Haaren. Das ist für mich so das Gianluca Viali-Gott habe und selige Phänomen, dass der mit Haaren einfach wie ein komplett anderer Mensch ausgeschaut hat. Ja, stimmt. Den letzten Platz in unserer Dreier-Abwehrkette bekommt ein EM-Starter von 2008, Harald. Ronald Ronny Gacialio hat 2008 zum EM-Auftakt spielen dürfen gegen Kroatien, danach nicht mehr. Aber hat insgesamt 13 Länderspiele und, nein, 14 Länderspiele sogar und eine echt spannende Karriere hingelegt. Ja. Der war überall. Einerseits hat er für viele Vereine gespielt, andererseits hat er im Grunde mit 31 Jahren schon seine Profikarriere beendet. Die letzte Station war KF Tirana in Albanien, aber was der davor gemacht hat, von Sturm Graz über Red Bull Salzburg, die Wiener Austria, Wiener Neustadt, Ingolstadt, Lodz, Aue, Klusch, Altach. Also der hat wenig ausgelassen. Aber seit 2020 bereits beim FC Kufstein in der Regionalliga Tirol, also wirklich mit 31 Jahren dann auch seine Profikarriere im Grunde beendet und seither wirklich auch im Tiroler Unterhaus unterwegs. Und es gibt schon ein paar nette Anekdoten zu Ronald Gacialio. Er hat einmal vor Gericht in Salzburg eine Aussage tätigen müssen, ist aus Wien angereist und hat dann um Fahrtkostenersatz gebeten, der einem ja zusteht. Und der Richter fragt ihn, naja, Herr Gacialio, wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Und er sagt, naja, im Schnitt 160. Da, 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 da. Nein, das ist wirklich natürlich geil. Hat er dann gleich was zahlen müssen oder kann man das denn irgendwie ahnden? Sie haben es dann gegengechnet, glaube ich. Ja, das ist echt eine geile Aussage. Und bitte bring noch die Klimmzüge-Geschichte, die finde ich auch gut. Vorbereitung bei der Wiener Austria-Trainer Georg Zellhofer sagt, Burschen, wir machen heute Klimmzüge, Ronny Gacialio fragt, mit wie viel Kilo Trainer? Und er sagt, naja, wie viel hast du denn Ronny? Und er sagt, naja, 70. Na, dann machst du das mit 70. Scheiße, hätte ich 60 gesagt. Genial, eigentlich. Da wäre ich gerne dabei gewesen, muss ich sagen. Und ich hätte auch gerne das Gesicht von Georg Zellhofer gesehen nach dieser Aussage. Aber gut, er hat wirklich auch geniale Stationen hinter sich, war damals richtig gehypt in den Nullerjahren, Ronald Gacialio. Wir wechseln ins Mittelfeld und beginnen mit einem Rückkehrer. David Senca spielt nämlich seit Anfang des Jahres wieder Unterklassik und das in der Steiermark. Beim SV Hausmann Stetten. In der Unterliga-Mitte, sechst höchste Spielklasse. Und hat auch schon getroffen dort. Ich glaube, in seinem zweiten Meisterschaftsspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er getroffen. Was gut sein wird, weil Hausmann Stetten wird knapp nicht aufsteigen, sagen wir mal so. Ich glaube, sie haben acht Tore insgesamt erzielt und eine Partie gewonnen. Es wird schwer auf jeden Fall. Aber wenn man sich auch da die Truppe ansieht, ähnlich wie bei Union Weiskirchen, da sieht man, ein paar bekannte Namen sind mit dabei. Also nicht nur David Senca spielt dort, nämlich auch ein Tidi Elsneck und ein Ralf Spirk. Also richtig GRK-Retro-Feeling beim SV Hausmann Stetten. Die Frage ist da nur, welcher GRK-Spieler wechselt als nächstes zum SV Hausmann Stetten? Michi Lidl. Michi Lidl, ja stimmt, das könnte wirklich passen. Aber ich glaube eher, weil du es ja eh schon angesprochen hast, nur acht Tore in dieser Saison, die bräuchten eigentlich einen Kolbmann. Ja, ist der wieder in Österreich, der war ja doch in den USA eine Zeit lang. Ja, das ist er, glaube ich, eh noch immer. Aber den kann man doch einfliegen lassen für die Spiele. Sollte doch möglich sein. Ich kenne das Hausmann Stetten-Budget jetzt nicht im Detail. Aber ja, why not? Machen wir weiter. Im Gegensatz zu Sensha kickt nämlich Ernst Öpster schon länger im Unterhaus bereits mit 29 Jahren. Der Wechsel in die Regionalliga Mitte damals zum LASK, danach Austria Salzburg. Und im Grunde ist das für mich immer so ein Kicker, bei dem man gefühlt mehr erwartet hat. Ernst Öpster hat viele U21-National-Dem-Spiele gemacht. Und wenn man sich anschaut, in welcher Generation der tätig war, da haben es dann doch einige wesentlich erfolgreichere Karrieren hingelegt. Nur eine Auswahl. Und Juri Garic, Franz Schiemer, Roman Kinas, Rambo Oetschan, Flo Klein, Mario Sonnleitner, Andi Dober, Slatka Janusowitsch, Wedi Kavlak, Andi Ulmer, Christian Fuchs, Robert Alma und Ronny Garciaglio haben alle mit Ernst Öpster im U21-National-Dem-Spiel. Ganz ehrlich, der war Mitte der Nullerjahre, war er schon gehypt. Das war gerade nach dieser Übernahme von Red Bull, war das so gefühlt der einzige Salzburger Youngstar im Kader von Kurt Yara, dem man schon eine rosige Zukunft vorhergesagt hat. Genau, aber er hat es halt dann in diesem, wie nennen wir es, Altstar-Ensemble knapp nicht geschafft und hat dann immerhin eine Saison oder zumindest ein halber in New York gespielt bei den Red Bulls. Das finde ich immer geil, wenn du von Österreich nach New York wechselst, ein komplett anderes Leben und dann wechselst du zurück zu Grödig oder so. War ja dann ja schlussendlich auch, ich meine, dieser Kontrast New York, Grödig, Big Apple und dann... Das Goldberg. Das Goldberg, also dieser Switch, den finde ich schon heftig. Ich gehe auch davon aus, dass sich der Alltag unterscheidet zwischen New York und Friedburg, wo er mittlerweile spielt, in der Oberösterreich-Liga, in der vierthöchsten Liga in Oberösterreich. Aber auch dort schon seit 2019 unterwegs. Ähnlich wie Öpster kehrte auch Patrick Wolf frühzeitig dem Profifußball den Rücken. Ja, viele Vereine durchgemacht. Er hat Bundesliga-Meister in der Bundesliga gewonnen mit dem SK Sturm. Er ist aufgestiegen, glaube ich, irgendwann einmal. Ja? Also in die zweite Liga aufgestiegen. Ich weiß es, eigentlich wollte ich dich fragen, weil ich habe es recherchiert, aber... Ja, ich nicht. Also Meister der zweiten Liga ist er geworden mit... Ried. Wiener Neustadt. Ja, das sage ich ja. Ja, oder? Ist er mit Wiener Neustadt? Im Gottes Willen könnte er natürlich... Er hat in Ried auch gekickt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass er schon mit Wiener Neustadt Meister geworden ist. Und in der Regionalliga-Mitte ist er mit wem Meister geworden? Das kommst fix nicht drauf. In der Regionalliga-Mitte mit... Pax. Pax. Pax Gratkorn. Ja, ja. Das hat im Grunde alles begonnen. In letzter Minute war jetzt echt Werbung für uns. Ja, aber Patrick Wolf ist natürlich... Das ist schon geil. Mit dem FC Gratkorn in die zweite Liga damals gewechselt. Und seit 2018 eben beim SV Frohen Leiten in der Oberliga. Und auch dort gleich in seiner ersten Saison Unterligameister geworden. Mittlerweile Doppelfunktion als Spieler und Trainer. Neben Wolf läuft ein U17-Weltmeister aus dem Jahr 2003 auf. Sandro José Ferreira da Silva oder einfach nur Sandro. Der kickt seit Ewigkeiten im Kärntner Unterhaus. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Der Typ ist U17-Weltmeister mit Brasilien geworden. Ich meine, er war jetzt nicht die klarigste Generation aller Zeiten. Er ist Weltmeister geworden, ja. Aber gut genug anscheinend, ja. Hat man eigentlich vor allem, als er dann bei Osterkärnten gespielt hat. Sehr gut gefallen. Aber irgendwie irgendwas dürfte nicht gepasst haben, weil er war dann vereinslos. Dann war er in Tschechien bei Budweiss. Dann war er in Ried. Dann war er in St. Pölten. Immer wieder vereinslos dazwischen. Ja, gute fußballerische Anlagen. Aber vielleicht nicht zu 100% die richtige Einstellung, glaube ich. Aber scheinbar fühlt er sich in Kärnten wohl. Denn im Grunde ist er seit 2016 auch wirklich im Kärnten Unterhaus unterwegs. Mit Anna Pichler, Austria-Gagenfurt und seit 2020 eben auch beim KAC, wo er sehr erfolgreich in dieser Saison unterwegs ist. Da wird das ja die Copacabana Europas. Ja, stimmt. Da tut man sich als Brasilianer möglicherweise auch leichter. Noch mal zurück, aber zu diesem Weltmeisterschaftsfinale 2003 der U17. Da hat er im Finale, war er, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der Startformation gegen Spanien haben sie gespielt. Sie haben 1 zu 0 gewonnen. Und damals bei den Spanien mit dabei, David Silva und Sesc Fabregas. Das Ganze wurde gespielt in Helsinki. Okay. Ja, oder? Das ist doch auch ein bisschen skurril. Aber wieso nicht? Einfach, wenn du als Brasilianer U17-Weltmeister in Helsinki wirst, dann hast du einiges erreicht, meiner Meinung nach. Ja, als Brasilianer U17-Weltmeister in Helsinki und dann in Klagenfurt beim Eishockeyverein Fußball spielen. Ein Traum. Werbung anfangen. Und er darf heute natürlich nicht fehlen. Er ist zwar neu in der Szene, aber bereits jetzt ein Publikumsliebling. Ferdl, der Kapitän der Herzen und auch der Billa-Aktion. Ich lebe für meinen Verein. Billa und Billa Plus haben nämlich aktuell eine richtig feine Aktion am Start. Pro 15-Euro-Einkauf bekommt man nämlich so ein Vereins-Los, mit dem du dann auch deinen Verein supporten kannst. Und das funktioniert auch ganz einfach. Mittels QR-Code kannst du dein Los einem Verein zuordnen und fertig. Und ganz wichtig. Weiter-Song, weiter-Song, weiter-Song. So ist es. Werbung Ende. Eine wahre Attraktion bekam hingegen Anfang des Jahres die Wiener Stadtliga. Nämlich Ümit Korkmaz ist wieder zurück im Wiener Fußball. Bei Ostbahn 11. Ostbahn 11. Einer der bekanntesten Siemeringer Vereine, weil, du weißt ja sicher. Das ist natürlich der Verein von, der eigentliche Verein, wenn man ehrlich ist, von Herbert Prohaska. Die Austria ist ja nur die Zweit, der zweite Verein kann man sagen. Die Zweitfreundin von Herbert Prohaska. Sehr dünnes Eis, auf dem du da wandelst. Ja. Aber ja, Herbert Prohaska hat bei Ostbahn 11 natürlich zu kicken begonnen. Und jetzt Ümit Korkmaz dort und noch ein, zwei bekannte Namen, nämlich Halil Akaslan und Chosko Mkaihan. Das ist schon eine geile Truppe. Ümit Korkmaz übrigens natürlich auch unser Billa-Billa-Plus-Kapitän dieser Arnser-Panier. Bin gespannt, wie der dann auch in der Wiener Stadtliga performen wird. Anfang des Jahres hat er im Grunde generell sein Comeback gegeben. War ja im Grunde schon in Fußballrente. Und dann holte ihn Heimfeld im Sommer wieder zurück. Und wie gesagt, im Winter der Wechsel zu Ostbahn 11. Für mich auch ganz strange. Der hat in seiner Karriere nur drei Bundesliga-Tore erzielt. Eines beim legendären 7 zu 0 gegen Red Bull Salzburg. Zwei Wochen später dann bei diesem ganz wichtigen Spiel gegen Lask. Und noch eine Partie gegen Wacker Innsbruck. Und das war's. Also das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber er war eben schon auch eher einer, der die Tore vorbereitet hat und weniger abgeschlossen hat. Fünf, was ist's? Dann streichen wir das besser. Vielleicht auch. Für unseren nächsten Kicker ein kurzes, wer bin ich gewiss, zu Beginn, Harald. Für unsere User daraus natürlich. Du kannst natürlich auch mitmachen, hörst du einfach an. Ich habe für folgende Vereine gespielt. Mit Tulln, Vienna, Langenrohr, Bayern, Kobletz, Kreuterfurt, Rapids, Wolverhampton, Bristol, MSV Duisburg, Red Bull Salzburg, 1. FC Köln, Milwall, Wiener Neustadt, Trinzin, Matersburg, Aarau, WSG Tirol, Admirer, Würzburg Kickers und seit Sommer 2022 Krems. 21 Vereine in 22 Jahren. Stefan Mayrhofer ist der Amir Praderic der Neuzeit. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es schwer zu erraten, weil es könnte ja viele Fußballer zutreffen, dieser Werdegang. Aber ja, Stefan Mayrhofer natürlich. Ja, natürlich weißt du es schon, weil wir haben davor schon gesprochen, aber schon Wahnsinn, oder? Es ist ja auch brutal, was der aber auch in seiner Karriere mitgenommen hat. Also der hat jetzt ja nicht nur viele Vereine gehabt, sondern der hat auch viele Titel geholt. Ja, und vor allem auch die Vereine, für die er gespielt hat. Also da waren schon einige Kult-Truppen dabei. Ich meine jetzt Nona, die Bayern und Rapid. Aber ich meine auch Milwall. Wer will nicht mal für Milwall spielen? Das ist doch mörderisch, oder? Ja eh, aber dann hast du eben auch noch so... Auch Köln in Duisburg, ich glaube vor zwei Jahren noch eine Stefan-Meyrhofer-Coreo. Ja, also der hat eben wirklich überall, wo er war, auch wirklich zum Teil großen Erfolg gehabt. Im FC Aro kann ich mich noch erinnern, wo er auch, wo es lange Zeit gut ausgesehen hat, dass er aufsteigt, hat dann nicht ganz geklappt. Vielleicht die letzte Station Würzburg Kickers, das hat er sich, glaube ich, etwas anders vorgestellt. Aber ansonsten durch die Reihe sehr, sehr erfolgreiche Stationen von Stefan-Meyrhofer. Im Grunde so wirklich das Wort Effizienz steht im Duden. Daneben steht der Name von Stefan-Meyrhofer. Denn ich glaube, aus den Qualitäten, die er hat, das rausgeholt, da muss man wirklich sagen, ich glaube, da ist Stefan-Meyrhofer einfach auch ein Musterprofi. Ja, und ich muss jetzt aufhören, auf den Transfermarkt mir die Vereine alle anzuschauen, weil ich scrolle mir eine sehnenscheidende Entzündung. Auf jeden Fall seit Sommer 2022 in der Ostliga, also dritthöchste Spielklasse. Ich glaube, das kann man noch gut einordnen als 0815 österreichischer Fußballfan. Dort in einer Doppelfunktion als Trainer und Stürmer. Er hat gleich am ersten Spieltag getroffen. Seither wartet er allerdings auf einen weiteren Treffer. Und zum Abschluss kompletiert unseren 91-Jahre-Sturm Herbert Mucki Wieger. 51 Jahre, mittlerweile alt. Er hört einfach nicht auf zu kicken. 51, das ist, ja, ich ziehe meinen Hut. Zum zweiten Mal zieht Harald Brandl seinen imaginären Hut. Und das ist schon ein Wahnsinn. Er spielt seit 2008 beim Tusk Rieglach in der Oberliga. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Gaudeliga, das ist fünfthöchste Spielklasse in der Steiermark. Ja, da muss man schon noch ein bisschen was drauf haben. Aber hat Mucki Wieger ja und sehr, sehr viel Routine. Ja, definitiv. Hat bereits drei Pausen in seiner Unterhauskarriere eingelegt, aber er kommt eben immer wieder zurück. Und so gefühlt für mich Herbert Mucki Wieger auch eine absolute Liga 2-Legende. Dreimal Meister geworden. Mit dem FC Kärnten? Was? Nein. Nein, mit dem GK natürlich. Unter Admira und Kaffenberg. Also GK 1995 als Goalgetter. Admira 2000 als Goalgetter. Und dann eben auch diesen erstmaligen Aufstieg von Kaffenberg an der Seite von Michi Lindl und Co. Da hat einfach alles funktioniert bei Mucki Wieger und den Kaffenberger Falken. Elf Kicker, elf Legenden mit einem Altersdurchschnitt von über 41 Jahren. Und daher supportet euren Verein und besucht doch einen Verein, den wir auch jetzt aufgezählt haben. Denn so lange werden diese Spieler höchstwahrscheinlich auch nicht mehr kicken. Das ist jedenfalls unsere Unterhaus-Elf. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laula 1 paniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017